Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Anne Welte. Es wird was ganz Neues geben hier auf der Reeperbahn. Es gibt viele Kiez-Touren mittlerweile, natürlich die sind auch alle ganz toll, aber das was ich machen möchte mit ihnen gibt es noch nicht. Ich habe hier auf allen Bühnen gestanden, die hier auf dem Kiez sind. Man kann schon sagen, ich gehöre quasi zur alten Garde des Musicals. Mein neues Steckenpferd, außer dass ich Musicals spiele und Konzerte gebe, ist eine Kiez-Tour und zwar mit ihnen. Zwei Stunden werde ich sehr sehr gerne mit ihnen über die Reeperbahn gehen. Ich möchte ihnen gerne viel über die Theater erzählen, auf deren Bühne ich gestanden habe. Ich gebe danach auch noch ein einstündiges, privates, intimes Konzert nur für sie. Und wenn sie das mögen, beides zu kombinieren, Musical und eine schöne Kiezführung, dann sind sie bei mir genau richtig. Meine Damen und Herren, kommen sie vorbei, ich freue mich sehr, wenn sie mich buchen. Auch wenn wir heute keine Sonne haben, ich wünsche ihnen ganz viel Sonne. Haben sie Sonne im Herzen, das ist eh das Allerwichtigste. Und ganz viel Herz von mir an sie. Ciao, Ihre Anne. Ich locked mich an sie mit mir an sie an, Sie sehen uns auch immer bitte. Wenn Sie sich an sie zusammen mit mir an sieben, dann sind sie hier ganz einfach José. Dann bin ich zum Ende. Ich bin unten. Ich wollte euch einfach so uns zum Ende.